Die Diamanten blitzen die Wassertorfen auf ihrem Haar, ein Anblick lang blieb sie... Matthew Skada... Matthew Skada... Ja, was hast du denn für ein Buch, Alter? Wo ist das andere Buch, Alter? Weißt du wieso? Heute haben wir wieder etwas dabei, und zwar... Eklige Wasser... Wie hieß das in einem Video nochmal? Wie einfach diese guten Chips... Böses... Böse Chips... Ja Böse... So Leute, auf jeden Fall... Ja... So Leute, wir beginnen natürlich mit Chips... Da haben wir nicht mal das Intro gemacht... Oh, was ist das? Ja, bin guter... Hallo, du hast gedacht, ich bin Stay... Ich bin Daniel... Und heute machen wir... Gute vs. Böse Chips... Das sind das Böse... Böses Wessel... Ausserts... Und wir grüßen Salsert... Salserts... Asat natürlich... Böse Chips... So... Schnacki... Schnick... Schnack... Schnuck... Schnick... Schnack... Schnick... Schnick... Schnuck... Schnick... Schnack... 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 Ich sage, wir essen... Die Ark Salzen... Die sind jetzt auf einmal lila... Pink... Keine Ahnung... Warne doch einmal pink... Jetzt ist sie wieder rot geworden... Jetzt ist sie wieder pink... Oh nein... Guck... Ey... Stämlich... Warte... Boah... Diese... Eeeeeeeeeeeeeeeeee... Oh... 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 Wie aussehen... Natürlich müssen wir nicht... Natürlich essen wir davon mehr... Weil die eklig halt sind... Nicht eine... Ne? Junge... Okay... So leißen wir jetzt auch nicht... Nicht mehr... Es sind irgendwie so 20 Chips drauf... Egal... Nein... Mhh... Bin lecker, Mann... Leute... Seit lange mal wieder... Schnellmodus... Nächstes... Leute... Die sind doch nicht mehr so salzig wie wir dachten... Die früher... Die sind ja so schlecht... Die sind einfach lecker... Eigentlich... So wir gehen... Kartoffelsticks raus... Kartoffelsticks... Oh mein Gott... Oh Gott... Oh Gott... So Leute... Auf jeden Fall... Ich habe jetzt die Kartoffelsticks hier... Ja... Eeeeee... Ja... Ohohoho... Ohohoho... Ich hab' den Dave verletzte Arme... Nein... Mach jetzt... Oha... Hallo... Hallo... Pichu... Ich bin wirklich fett geworden... Ist doch ehrlich... Erstmal einen... Erstmal einen... Scheiße... Voll hart... Voll hart man... Bah... Wer hätte die Honig dran geschmiert... Bah man... Bah... Ja... Die argsaltigen waren besser... Eigentlich waren das die Guten... Und das jetzt die Schlechten... Andersvom... Schmeckt einfach nach... Kalkoffel... Pur... Ja... Aber ich esse wirklich viele... Oh... 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 Scheiße... Wie soll ich das wegbekommen... Oh... 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 No... Wo Leute... Oh... Oh mein Gott... Boah... Du machst es... default... G Cook mal... Digga... Digga... sporty... Szok... Oh... Was... Aufgerissen... Binn... 上面... Brandt! Digga, den ganzen Teil sind da runter erst gefallen. Was willst du? Ey, das sind diese Chips, die du vom Berg geworfen hast. Du sagst nicht, diese Chips, die du vom Berg geworfen hast, bei so einem MacBook? Ja, das war vor 3 Jahren oder so. Und was singen die jetzt? Castle Chips, vegan. Oh Mann, kommen Klackis wieder. Warte, ich muss wieder machen. Klackis, Leute! Oh mein Gott, die sind jetzt bestimmt richtig. Na, dann schmecken die auch besser und dann haben wir die. Dann schmecken die auf einmal eklig. Ja. Ja, nimm. Ah! Das sieht so aus wie ein Nashorn aus. Einfach nur noch Öl. Acrylöl. Äh, mit Essig, Digga. Boah, ich liebe Sharkis. Das sieht so richtig gut hier drauf aus. Und das ist so richtig verskreckt, Digga. Was ist das? Kauft euch sowas, das schmeckt gar nicht. Schmeckt scheiße. Schmeckt nach Öl. Schmeckt nach Öl. Und Essig, Digga. Okay, der Rand ist nice. Den müssen wir davon spielen und mehr essen. Weil das eklig ist. Okay, nehmen wir jetzt das Ganze. Und das ist das ein. Mh. 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 Mh Was ist denn? Boah! Jetzt mal so die Lippe so Jetzt kommen wir zum Letzten Die Lirne Von Clarkies, auch von Clarkies Wenn die wieder so weiß sind wie Wichse, dann scheide ich die an Oh, zack Nein! Ich habe sie scheiß aufgesissen Oha! Guck mal, Clarkies Hier sehen sie wieder so okay aus Was ist aber hier drin, Digga? Das ist komplett rot hier Ich habe einfach alles reingemacht Warum ist denn das so zack? Riechen ein bisschen Bara! Ich habe eingeweiht Ich habe eingeweiht Aber ich hoffe es ist nur wegen diese Chips Dass die dann danach eklig schmecken, wenn man die zuerst gegessen hat Ich dachte Die schmecken die wieder lecker Ich dachte Die Besten Werden die Kleck Die Sticks Dann die hier Dann die argsalzigen Und dann die zur Kessel, Digga So ein Teil Die argsalzigen waren einfach die Besten Irgendwie Was war so deine Endschätzung? Ja auch Ich dachte die argsalzigen würden die schlimmsten sein, Digga Aber die Kessel Chips sind ja wirklich, wirklich eklig Oh, der Chips geht Boi Okay, Leute, würde ich sagen Wir sehen uns im nächsten Fucking Video wieder Bleh Boah, die waren so eklig Bis zum nächsten Video Tschüss